Nächstes Level ein giftiges Treffen. Da haben wir 4 Minikits, müssen also noch 6 finden. Welp. Ich bin mir gar nicht sicher gerade, was Minikids angeht hier in diesem Level zu viel zu diesem thema aber der sonntag geht aber ziemlich schnell vorbei Ach da hinten geht es ja schon los genau da kommt mir noch gar nicht rüber Wow Wow Ne Krox Handlern kann es nicht ah ja Sieh an sieh an Saugen 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 Ok Die waren alle im Umkreis deswegen war das so simpel Nicht wahr oder? Das war jetzt nur für das Ding Ernsthaft? Ach Gott nein oder? Als ob das nur für das Ding war Das ist jetzt echt nicht ernst oder? Ja 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 Da oben ist zumindest einer aber es ist auch halt nur einer ne? Ja 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 naja da wird aus werden wir schlauer bei den glätter hatten wir hier nicht und jemanden der hoch springen kann schon erst gar nicht sondern kann man hier noch hoch aber auch nur aus geld gründen oben ist sonst nix gut das ist jetzt halt nur geld gewesen und 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 So einmal bitte hier durch, Schalter umlegen und das ganze Zeug blühen lassen. Einmal Blumen blühen lassen und dann haben wir es auch schon. Ich habe es auch schon hier. Geht das auch mal kaputt? Ich sollte nachher was essen gehen. Wir haben schon wieder 1 Uhr, ich glaube das ist also nicht. Was ist denn mit der Zeit passiert? Ach hier ist ja auch noch ein Minikit. Was ist mit euch los? 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 So weit so gut, ne. 7. 46? Irgendwo müssen noch welche sein. So viele Teile braucht man eigentlich gar nicht. Ja, es gibt einen 20er. Also eigentlich ein 10.000er. Jetzt 20.000er. Jetzt wird es durch die Multiplikatoren. So, genau. Tauchen wollen wir. An der Stelle. So. Ja, das ist etwas länger das Level. Ich weiß. Brauchte mir nichts zu sagen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, ist jetzt gut hier. Ihr kriegt ja schon eure Schläge, Mann. Sag mir jetzt aber nicht, ich habe was verpasst. Oder kam da noch was ganz am Ende? Bin mir gerade nicht mehr sicher, ne? Kann er nicht so an das Ende? Ja. Ja. Da ist doch das Ende. Achso, irgendwas habe ich verpasst. Das ist auch nicht mehr. Oh, was sind das letzte New Kids? Ja. 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 Ich wusste doch, da ist irgendwas faul. Ja. 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 nächsten Mal und tschau.